Jetzt ihr so abnormal, dass ihr abused habt, um einfach gegen Lois zu spielen. Hallo? Ist doch so, haben doch alle von euch gesagt. Das ist ne Lüge. Okay. Also, so wurde mir das gesagt. Nee, wir haben nicht immer um 3 Uhr nachts gespielt und dann plus 10 Proben hingekriegt. Ach so! Das haben wir aber nur am Ende gemacht, damit wir in COG-Zero. Das ist ne Lüge. Nein! Obwohl, da hatten wir halt alle mal Zeit gehabt. Och, äh, Celia muss mir helfen beim Blue. Ich komme! Hat er sich auch smiten lassen? Nee, ich hab einfach zu früh gesmite, ich musste abhauen. Ist doch mega knapp. Ja, nee, das meine ich halt. Wenn du invaded bist, dann müssen wir uns irgendwas einfallen lassen mit der Taktik, dass das nicht passiert. Ja, das Problem war einfach nur, die haben das früh genug gesehen, dass ihr gekommen seid, und dann haben die direkt geswitcht und sind direkt zu mir gekommen. Mhm. Du hast doch keinen smite, ne? Nein. Na, passt, danke. Ja, folgt mir doch noch ein bisschen weiter. Wie nur mit dem Blue-Buff gerade. Ja, der hat ein Hate auf dich. Der dachte sich auch, okay, ich komme jetzt direkt zum Lane-Gang. La, la, la. Ey, ich glaube, ich habe das echt nicht durch euch gekriegt. Doch, doch. Doch, doch. Ziemlich sicher. Oder meinst du was mit Panda Light Challenger? Nee, aber mit den Logix-Boys. Achso, das kann auch sein, ja. Ich bin mir gar nicht mal sicher, ob wir da am Ende noch Challenger waren, oder ob wir vielleicht okay sind. Die Minion sind immer voll am Rasten. Also alle Minions nach oben? Ah ne doch nicht, wir greifen den anderen Minion an. Jetzt hat der Doran Schild, okay. Okay, der hat Bock. Das war richtig rough. Voll gut der Kleine, hab ich das Gefühl. Ich glaube, er dachte halt, ich kriege Tower Agro wegen der Bombe. What? What? Wieso hast du da grad den Schimmer angekriegt oder? WTF? Ah, ich kriege Kill. Oh, das gibt's nicht ey. Ach Gott, der Hehl und der Schild ey. Das ist ja nicht. Das waren mit Tonys. Er hat mich einfach nur Minion durchgelockt. Das sah ein bisschen lustig aus. Wie einfach. Panty ist das okay? Auf Panthen, auf Panthen. Ich hätte ein Tobias, okay. Auf Panthen. Oh, ich hätte ein Tobias, okay. Auf Panthen. Oh, ich hätte ein Tobias, okay. Auf Panthen. Oh, ich hätte ein Tobias, okay. Oh, ich hätte ein Tobias, okay. Oh, mein Gott. Ja. WTF? Ja. So belagst du, Tony, ne? Ja, das war Nikos Schuld, weil der nicht gekillt hat. Ich hab mich geopfert, weißt du? Ja, keine Ahnung. Ich, ich autotacke. Er kriegt, er hat keinen Shield. Ich flash hinterher, auf einmal hat er einen Shield. Woher? Er kriegt doch, kriegt er bei den Killen einen Shield oder so? Nein, nein, oder? Hm. Haben sie geändert. Naja, nee, macht er doch nicht, oder? Aber er hat gerade eins gehabt am Ende. Das stimmt. Weil er den Speer auf mich geworfen hat, deswegen. Ja, aber ich bin ja... Ich hab ja hier danach noch geautotacke, dann ist er weg geflasht, dann bin ich hinterher geflasht. Dann hat er auf einmal einen Shield. Dann weiß ich es nicht. Also können wir mit den Killen hoch? Vielleicht. Panthen und Trundle dürfen keinen Flash mehr haben, ne? Okay. Trundle weiß ich nicht. Er wird ja Level 6 Quins. Das ist eigentlich mega speziell, der Typ, ey. Thresh ist gleich in der Mitte, ne? Hast du, hast du Up? Oh, ich warte einfach auf Thresh. Oh, mein. Okay, lass dich mal, komm mal zu mir. Oh shit, du bist am Arsch, Alter. Gold Day noch? Trundle Miss, hat TP. Ah, kannst du nochmal switchen. Trundle TP, top. Den Tower hast du es sogar noch mal gezeigt? Ja, nee. Hattest du kein Gate? Ja. Hättest du hier Gate machen können und ihn in den Schock bläst? Hattest du schon fehlt? Hattest du mal rauben können. Na, Thresh kommt vielleicht top. Ich panne schon zusammen. Hm. Ja, ich bin base. Ich hab Cutliss. Obwohl, äh... Egal, wir müssen base. Was geht? Es pusht auch. Ah, ich denke, es hat jetzt keinen Flash mehr. Wir können ja so eigentlich weiterleihen, oder? Kommst du klar gegen Lucien oder eher nicht? Mhm. Ja, dann können wir so eigentlich bleiben. Vielleicht hat ein Exor, ne? Ja. Ich kann ja einfach meinen Ulti nehmen zum Beispiel. Und auch keinen Tower-Damage machen. Klassische Wick Rumble. Jo, macht ja keinen Sinn, wenn ich's... ...drei Minuten aufhebe, ne? Doch. Ja. Ja. Dann macht's mehr Damage. Ah. Wunder, dass es so'n Champion noch nicht gibt. Was für'n Champ? Der mehr Damage macht, je länger du kein Ulti machst. Ja, sowas. Oder halt generell bei einem Spell. Vielleicht... Das ist vielleicht jetzt nicht so extrem krass. Ja. Ja, aber... Ja. Ja. Ja, der Bot fällt jetzt wahrscheinlich. Ich glaube, der Panther ist auch hier. Kommst du Blue, Yannick? Ja, ich kann das. Wir können top-diven. Der Panther ist irgendwo da. Top ist da, ja. Er hat aber hier gewonnen. Tower top geht wahrscheinlich nächstes Rave down. Oder jetzt wahrscheinlich. Ja, ja. Wir haben Tower. Sie haben mehr Hosen, als meine Lieblingschehen. Nein, Tattoo! Nein, er hat auch keinen TP, keine Ulti. Und ist halt Low. Flasch kommt da. Ich glaube, wir können da was machen. Ah, hier ist gewartet. Ich habe eine Ping. Vielleicht über Lane. Ja, warte. Ich komme einfach von Lane. Ja. Lass mal ein bisschen einpushen. Okay, bait mal. Bait mal. Ich gehe in Wurst, ich gehe in Wurst. Flasch ist auch da. Flasch, Flasch, Flasch! Habe ich, habe ich, habe ich. Oh mein Gott! Oh Gott! Oh! Easy! Die Bombe wird Calculiert. Vielleicht komme ich noch für Ult dran. Ich habe fünf Sekunden und kann ich ihn ulten. Ich habe gefehlt. Ich habe gefehlt. Ah, das hätte nicht so knapp sein müssen, wie ich mit meinen E-Streak gemacht habe. Ah, Auto mehr kriegen. Seid ihr safe? 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 Ne, wir müssen nur was sagen. Ja, ich push top. Hallo, ich bin jetzt wieder Bot. Hm, wir können gleich, ich habe gleich mein Blade. Dann können wir eigentlich Bot irgendwas Sneaky machen. Dann können wir strafeln. Oh fuck. Ich kriege mal so übel zum Burstern mit dem Minutes. Ich push noch eine Wave. Ich denke mal Kato ist Ult, ne? Kommt? Ne. Warum? Ich muss ja kein Hallo. Kein Nico, ne? Ante. Hm. Niko, du findest an auf unseren Red Hunt. Er kommt dann. Er kommt dann. Ja, komm, ich kann schon. Oh. Oh fuck. Pass auf, pass auf. Ihr seid im Unterzahl. Ich bin da, ich bin da. Nein, ihr seid 4 gegen 4, ihr seid 4 gegen 4. Aber ich bin nicht da, ich bin nicht da. Ja, ich hab nicht gesehen, dass Kato kommt. Ich habe den Drake schon. Was macht er denn? Puntler hat keine Old. Wir müssen ja der Drake aber ja schon lange done sein. Ja, wahrscheinlich. Wir können ja nicht gerade erst gemacht werden. Ich hab ihn. Es war ich! Ist Red noch ab? Können wir da was machen? Ja, ja. Guck mal, wir können da fighten, Toni. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Wir gehen nach oben raus. Ich komm raus. Ich komm raus. Der hat keinen Flash. Hinter uns kommt ein TP. Ja, wir sollten weg, wir sollten weg, wir sollten weg. Hinter uns ist halt noch jemand, ne? Er kommt hier. Oh, die Ult wird da. Zwei Leute killen, oder? Ne, eine. Ich überlebe das. Easy. Oh mein Gott, hier ist ein Pink Ward. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fuck. Hier, Liam. I want revenge. Ja. So eine Traits, das verstehe ich immer nicht, ja. Und dann, right? Ich bin halt jetzt erst durch den Kill am Trundle 6 geworden. CS läuft gerade nicht. Auch so noch ein bisschen... Ne, ne. Ich misse gerade übel viele CS. Ich muss top lane gehen jetzt. Oh, Yannick. Ja, 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 ja. Ich hab meinen TP für den Dragon, ne? Ah, da ist er. Ja, der könnte aber bald hier abstehen. Ich hab auch keine Ahnung wann der spawnt. Der dürfte echt bald hier. Ja, den haben sie irgendwann. Ich glaub, den haben wir relativ early gemacht. Können wir die Pinks hier klären? Bist du die Version klären? Als das Thresh wahrscheinlich neben Antic laufen ist und so lange. Habe ich Strange schon von hier anzugreifen? Ne, oder? Ne. Doch, du hast 600. Das könnte sogar knapp werden. Scheiße. Hä? Schön, dass er nicht von alleine angreift. Obwohl ich da halt mit Attack-Move finde. Ja, Attack-Move greift nur gegnerische Ziele an. Also, gegnerische Ziele, die aggressiv sind. Du kannst auch nicht, ähm, hier, Jungle-Queeps-Attack-Move. Nein. Ja, wenn du genau draufklickst, dann ja. Ja, aber du kannst nicht... Bei Doublelift, bei Doublelift war der einmal gefightet hat, dann den Ward geplaced hat, hat Doublelift dreimal die Ward angegriffen. Echt? Eigentlich geht das nicht. Ja, ja. Hm, bei Allsdoss war das, glaub ich, oder? Ja, super. Könnt ihr Moven, bitte? Hast du TP? Hast du TP wegen Mitte? Mal gucken. Nein, wir müssen mehr reden. Wenn ihr da sagt, das war... Das war halt super schlecht jetzt, ne? Ja, deswegen, wenn ihr redet, ihr müsst mehr reden. Wenn ihr redet, TP, dann tipeet ihr und dann... Ich bin gleich Mitte. Du kannst ja nicht, aber hättest du es gesagt gekriegt, dann hätten wir da halt... Dann hättet ihr den Fighter wahrscheinlich wesentlich souveräner gewonnen. Zeit, ihr müsst reden. Und Yannick gönnen die nicht so früh, die Boots, die gönnen sich nicht, äh, die lohnen sich nicht so früh. Die war vorher ein Booter, ohne da... By the way, als zweites Geln ERE, ne? D. B ist useless, äh... B, ja. Das, was nicht das Gate ist. Ja. Okay. Gate haben sie ja tot genug. Das bringt die, glaub ich, nicht mal mehr was, oder? Ne, ich mein, in einer anderen Form halt, ne? In einer anderen Form wegen dem Hammer dann. Ja, aber ich glaub, dadurch, dass du relativ viel cooler mit Action auch auf deinen... ...dreischusser trägst, ist das relativ sick. Ja. Und das macht ja auch mehr Damage dann. Okay. Naja, ich hab mich schon gemufft. Die haben hier gewardet. Der Ragn wird wahrscheinlich jetzt irgendwann wieder sein, ne? Ja, ich nehm mal, also real. Hier ist gewardet, und da ist... Dann werd ich halt gewarden müssen, Komma. Kartus ist übel low, Kartus ist extrem low. Wir können eigentlich Mitte pushen, Kartus ist auf 30%. Okay. Ich bin da, ne? Komma, well. Wirst du mal gucken, ob du den vielleicht geultet kriegst? Ne. Der ist halt der beste Kumpel-Kumpel-Kumpel-Kumpel-Kumpel-Kumpel-Kumpel. Er ist tot. Nice. Dann Turret haben wir. Drack ist ab, Drack ist ab. Wollt ihr mitnehmen und dann ... Mit der Turret und dann Drack, ja. Einfach tanken, 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 tanken. Okay, Drack, Drack, Drack. Fickt er dann ohne mich? Dann gehe ich in den 2, auf den Top-Level rein. Das ist zu früh farben. Ich will nicht mal mit der Turret erst verlieren. Ja, wir können da Mitte was machen. Könnt ihr den zu zweit machen? Ja, ja, wir haben den durch. Okay. Können wir vielleicht mit der Abriss nicht gehen? Sneaky, sneaky. Hier, Tunnel, Tunnel, Tunnel. Hör auf, die kommen alle von der Seite da. Hii! Ich will das zurück. Okay, ich gebe heute. Und ich mache immer vorher die Q abfallen und dann das Gate-Place. Das ist dann eine Anhex-Precke. Nein, ich meine, du kannst die Q noch ein bisschen fliegen lassen, ne? Und dann ist das Gate. Und dann sind die Rapper für die Rapper. Kommst du zur Blue? Ja. Alle Pipe, sie führt zu Hause. Dann müssen wir einen Both-Hurt in den Angriff nehmen. Aber Tori二 sollten wir stärker sein. Ich bin ziemlich fett. Ich habe Peel, kein Flasch. Du würdest jetzt gleich den Pink klären wollen Ja, er kommt, er kommt, er kommt Ich komme, ich komme, ich komme Ich hätte es glaube ich nicht flaschen müssen Pass auf Du würdest halt dann an der Karte durchstellen Ja, nice, gut check Ja, weil dann, jetzt ist es eh egal, es war gut, dass du reingegangen bist, weil er hätte mich jetzt so oder so gegeben Ich denke, du hättest nicht rausflaschen brauchen Ja, das hab ich dann auch gecheckt, ich hab ganz vergessen, dass wir einfach gesehen haben, deswegen einfach als Reaktion raus geflasht Okay Autos sagt sich auch, nee, ich wollte trotzdem in die Bates Na Bisschen geht nach unten Hey, what did I step in? Ups Hier oben ist Trundle, hat Ghoulams gemacht, denk ich schon? Ich denk mal, Red kannst du jetzt nicht gut Ich bin not hyping, Alter Ich beginn's Ja, aber nur so'n bisschen Zwei sind bot Ich brauche bitte Ich brauche bitte Können wir den machen? Den Kartus? Oh, komm mal Nein, er stellt keinen Flash Ja, ne Kartus, ich hab keinen Ult Oh, oh Nein Nein Hat er nicht eben für dich schon? Wohh, 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 Wohh Wohh, 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 Wohh Wohh, Wohh Oh, er ist nur die Wand drüber geflascht Oh, er ist nur die Wand drüber geflascht Lucian Trash-Move in Mitte? Okay, da nicht Lucian ist eventuell in Mitte gleich Hey Pantheon ist eingegangen, ne? Ich geb auch wieder pushen Ich bin ein Zwei Ich bleib es in den Sonnen Ich bleib es in den Sonnen Oh, ja, das ist perfekt Ja Ich werde das wieder Ich will das Wohh Wohh Mhh Pantheon will wirklich Ult 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 Du kannst nicht in den Hook reinflashen, weißt du klar? Ja, aber pass auf, Janicke. Ich hab auf die andere Seite geflasht. Ja, okay. Oh, shit. Kannst von allen vier Ecken her. LOL. Das war grad richtig retarded. Age like a fine egg. Ist halt wirklich... Trash steht hier, hookt hier hin, ich flash hier hin und wird gehuckt. Hä? Können wir den Kato snacken? Kann man jetzt nacken weiter. Da wird halt noch irgendwo ein Panther rumgammeln. Ja, der ist gerade in der Tone dran, glaub ich. Ich bin da. Der hat Ulti am Start, ne? Ah, hier ist's mode. Mal kurz mal den Sticks loslegen. Wollen wir irgendwie... Kommst du, Nico? Drake, Drake 50, ja der ist low. Dann gehst du baut, ich komm in was und dann vielleicht was snacken. Mal kurz ein Giants-Belt kaufen. Achtung, Kato. Ja, Kato's kommt, Kato's kommt, Kato's kommt. We're on my way, we're on my way. Kim Klau. Wir können rein, wir können rein, wir können rein. Ja, wir können rein. Ja, wir können rein. Ja, mit die Lampen ist weg. Wollt nur den Pink-Word dafür. Drake ist gleich ab. Du kannst bot pushen, ja. Ja. Ich hab noch die CP-Bot, CP-Bot. Pass auf, Lucen ist auch bot, Lucen ist auch bot. Ich komm bot, ich komm bot. Ich komm bot. Okay, Lucen ist Mitte, sorry. Ah, ich komm für Drake. Können wir Mitte... Hast du TP? Ja, ich hab TP. Okay. Trash kommt bot, ich komm auch bot. Aber ich hab halt keinen Nico. Hat Pantheon ult? Hat Pantheon ult? Ja, Pantheon hat ult. Okay, dann pass auf bot, geh bot weg. Geh bot weg. Ja, ja, wir müssen Drake jetzt machen. Mal gucken, ob du direkt TP'n. Mal gucken, ob du direkt TP'n. Wo in denn? Kannst du TP'n? Hier, TP, TP, TP? Ja, ich bin gerade auf die andere Seite. Ist dir klar? Ich wollte keinen Nico. Go. Wieso bin ich nicht in das? Ja, ja. Hey. Ah, das... Ich glaub, du solltest nicht so ein Jungle zu halten. Nicht so ein Icegang-Fader. Ja, das Problem. Wir hätten's halt supergut machen können. Aber ihr hättet halt warten müssen, dass mein Nico leiser ab ist. Vielleicht wird doch gar nicht mal schlecht. Wie doll. Boah. Na scheiße. Gelei. Ach so, okay. Das war natürlich ein Range. Mein Fehler. Ist ja Global, die Lantern. Wir können heute Schatz im Drage machen. Könnte Drage machen. Was war das jetzt für ein Trage eigentlich? Wir haben noch 3 gekillt und nur 2 gestorben, oder? 3 für 3. 3 für 3, oder? Nee, bei uns sind doch nur 2 gestorben. Bei uns sind nur 2 gestorben. Schau da. Bei uns sind nur 2 gestorben. Nein, 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 nein. Bei uns sind nur 2 gestorben. Wir haben noch 3 gekillt. Wenn ihr draufholtet, sind wir alle tot. Han hat keine Holt. Han hat keine Holt. Ah ja, keine Holt. Wir können. Ja komm, ich mach die mit Schaben zusammen. Ich komm schon zu euch. Lass mich denken. Hast du Flash für Notfall? No. Das ist nicht so schlimm, wenn wir für 1 trainen. Das geht. Ich denke 515 sind wir auf jeden Fall stärker. Pantheon hat nicht mehr Boots. Wir haben dann leider geult. Ja, ne, ist okay. Ja, ja. Wir hätten das doch. Wir haben relativ viel Wiggen hier oben, ne? Ich komm mal mit dir, ich komm mal mit dir. Hat Kathos geultet gerade? Ja. Sollten wir doch eigentlich in nächster Zeit noch schnell einen Pfeil brauchen, oder? Wenn es geht. Ja. Können wir Cataclysm haben? Wollen wir? Ernst, oder? Das ist für Top. Kermination? Mhhh, naja. Wir können einfach pushen, oder? Wir können einfach 3-5. Ja, die haben KMF-Clay jetzt großartig. Wir können echt einfach Mitte pushen. Mit Yannick dann? Ja. Achso, du bist slow, ja. Wir können wahrscheinlich nicht pushen. Ich hab keine Ult. Ja, ich hab keine Ult, keinen Jumus, keinen Flash. Okay, den kriegen wir her. Die haben Angst. Die ist halt nicht jetzt Yannick, ja. Tower, Tower, Tower. Tower, Tower! Okay. Draus, raus, 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 raus. Jetzt, wenn wir delayen, bis Yannick da ist, können wir vielleicht noch was machen. Ich hab halt noch keine Ult. Jumus ist wieder weg. Meine Ult ist los. Meine Ult ist los. Raven ist so gut wie tot. Flushiel meinst du, oder? Raven meint er. Ja, Wann. Ich geh kurz Bot. Ich geh Bot und Red Buff und dann können wir mal gucken. Welcher hat Raven denn bitte? Ja, hab ich schon kapiert jetzt. Ja, hab ich was. Die werden wir jetzt aufpassen. Jetzt muss ich mir jetzt mal aufpassen. Ich kann eigentlich dann Botswerte nur ein bisschen pushen, wenn sie alle da sind. Ja, da ist ein Geräusch, das ihr siehst. Die kommen halt, ne? Ja, hab ich schon gesehen. Bin aber schon mal. Banzheon hat gerade Goldteet, ja. Banzheon hat gerade Goldteet, ja. Banzheon hat den Blutdurz da, ey. Okay, ich komme. Was ist denn Blutdurz, Alter? Dann sollten sie auf jeden Fall immer First-Man-Immune gehen. Let's chase. Weil er stackt mich nur so schnell. Ähm, Toplane pusht. Botlane ist... ne, die pushen Botlane. Ähm, 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 ähm. Ich geh kurz Botlane slow pushen und dann gehen wir Richtung Top. Who let all these plants survive? Leopold macht auf jeden Fall Spaß. Who's following you? I'm on to you! Mhm, mhm, mhm. Ihr wollt hier gar nichts mehr gewartet? Okay, Bot slow push, ich komm zu euch. Boah, den haben wir, oder? Nice. Pass auf, pass auf, geht's gut. Uah, ich guck mal da raus gerade. Oh, geht wieder. Okay. Ich hab nen Hextrinker, das passt schon. Ja, fängt halt einfach Ult an zu casten, wenn ich ihn angreife, what the fuck. Ich glaub den Ult wird auch nicht dafür wieder. Du hast noch Ult, ne, Toni? Ja. Dann geh ich, dann geh ich rein. Ja, 3 und das, ja, ja, können wir, können wir. Nice. Push einfach, oh, okay. Tower, 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 Tower. Oh fuck. Ich hecke sie aus der Pante? Pante, Pante, Pante. Oh, lol, lol, das gibt's doch nicht, Alter. Der Kick war jetzt nicht so optimal, du hast den in mich reingekickt. Guck. Na, wir werden nicht so deep gehen, wir werden einfach die Tower nehmen sollen. Gucken, ich geh nochmal in Luz. Okay, Nalu, schon weggedasht, das ist ja einfach. Ja. Ja, er ist halt auch geflasht, ja. Weggedasht und weggeflasht. Ne, ne, ganz warm, das war aus dem Gethoklysm rausgeflasht. So. Ja, ne, das war ja okay, dann hätten wir einfach nicht so hartunneln dürfen, einfach den Tower nehmen. Der fällt ja ziemlich schnell mit Doppel-AD. Ich stand halt drin in der Sonjaus, deswegen. Und dann seid ihr alle rausgelaufen, ich stand halt drin und mich schon. Scheiß Golems. Das war nicht mit der Golems, grad jetzt der Erste. Wollen wir nochmal mitzuholen, Tony? Ach so. So, guck mal, guck mal, gib mir mal Bombe. Oh fuck, keiner, wer meint. Die könnten Nash machen, ne? Die machen Nash, die machen Nash. Komm, 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 komm. Bist du sicher? Ja, die sind reingegangen, aber nicht wieder raus. Die sind re-culled. Ne, 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 machen nicht. Wärts den Watt machen kann. Die sind Bäckiger. Dublin. Neiiiin. Ne. 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 Wir dürfen halt fighten, wir dürfen ja nicht zu Ende machen, ne? Ja komm einfach, lass den mal anfangen. Wann hast du Smite? 20 Na komm 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 Ey, die haben halt keine Vision mehr Nur wenn Panthena kommt, direkt aufhören bitte Was dann natürlich erst zu low Hast du TP? Du kannst Bot gehen, ja Mach zu Ende, mach zu Ende Wohin denn? Äh, ne doch nicht. Kann sein, dass er gecancelt hat Nein, 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 nein Kommt hier? Hä? Hat halt nur ne halbe Stunde dafür gebraucht Ähm, top pushen? Lass top pushen Ach, ich port mich gar nicht, ey Komm top, komm top, komm top Ja, noch der Ulti passt So, ey Du kannst Spot treffen, oder? Ja, es geht, der Karate ist halt schon Ja, einfach nicht sterben, du kannst von... Achso, das ist Equalizer Einfach nicht sterben Wir können Equalizer Hm, ich bin schon... Ah, er ist um Er hat einen Blubuff Achso, ne? Wir kommen jetzt hier hoch, ne? Wir können fighten, wir können fighten Ja, wir wollen kurz ein bisschen warten Ich bin nur ein bisschen Warst du kein Ultimo? Oh... Oh, Leu Boah Ich hatte Lucien kriegen, wenn er das nicht so gut gespielt Wir kriegen den Gnome Das geht dann noch weg, ja. Einer muss Top Defenden. Er ist um, äh, nicht Laneshub-Kass. Das ist ja so mean! Das war schon ein bisschen easy jetzt. Ich hab ja vor Trun-Lated-Diamat gehabt. Er hat sich geweint. Aber das was geht, ey. Wusstest du das nicht? Nein. Das ist ja richtig lame, ey. Das ging mit E früher auch. Nee. Ich glaub, du stirbst, Iko. Ja. Wollen wir Mitte pushen, oder bot? Hm, ich würd sagen, bot. Dann haben die ne größeren Weg zu laufen immer. An sich wär, als wenn wir den Burakern stehen mit dem, wenn wir nicht schuld haben. Ja, ich hab halt in 600-Gott ungefähr mein Infinity-Rage. Nee. Ich komm, ich komm, ich komm, jaja, ja, 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 ja. Wiss ich denn motherfucker? Der ist tot, oder? Nee. Na, ein. Das war nicht gut gespielt von mir. Schade, eine Sekunde früher hätte ich halt noch geholfen können mit dem Flash. Ja, ich hab's gesehen. Du bist nicht halt einfach im Mittelpunkt geflasht. Ich geh kurz bot-deffen, dann hab ich Infinity. Ich hab Style-Points geholt. Das hätte keiner gesehen. Wenn die Mitteln gerade pusht, die müssen deffen, oder? Na stimmt, ich hätte mit euch mitgenommen. Ich will meine Infinity. Ich will nicht. Oh, hättest du das Extras nicht bekommen, hätte ich mitgenommen. Oh, hello! Tony ist so beschäftigt, dass er nebenbei noch im Chat schreiben kann, nice. War tot. Was soll ich machen? Du wißt es, was ich nebenbei noch alles mache. Oha, okay. Erzählen wir mehr. Oha. War meine Hälfte Leben weg. Echt, Mann, hier ein Drittfigurat mal. Hab nur 1600 Leben. 100. Und kein Negaton. Du hast trotzdem 70 MR. Und? Ist das provoziert? Habt ihr dein Bot mit mir? Ja, ich hab mir nicht so. Wollen wir nicht mit lieber einfach auf den Inhib nehmen? Das hat keine Option. Am besten wär sowieso einfach warten auf alle, oder? Okay, good job. Am besten warten, okay, good job. Ja, wir können Bot-Push nehmen, weil Karthus ist tot. Was soll ich mitte nehmen? Geht das halt nach dem In mit Nico? Ah, stimmt. Ah, taubelt habe ich trotzdem. Das ist das letzte Placement-Game. Was ist das? Wie viel Schaden ist die? 4-1? 3-1. 4-1. Also, ja, dann noch 4-1. Hoffentlich mindestens dein mit der Herr. Ja, locker. Ja, locker. Gehen wir mit. Gehen wir mit. Okay, ich krieg mir da. Ich bin auch gleich da. Ich bin halt noch nicht da, ne? Ich bin gleich da. Boah! Oh, nein! Fuck. Ich bin also nicht dafür. Ich bin drüber. LoooL, er critet mich halt einfach 2-mal. Das ist so dumm. Crit ist so ein dummer Stat, man. Ey, das kann ja nicht sein. Kann Karthus in unserem Team passen sein. Ey, ich hab die gleichen Crit-Items wie er. Er critet mich 2-mal, ich ihn 0-mal. Das ist so dumm. Aber auch, dann noch einzugehen. Lass mal den in der Date nochmal. Ah, in Jesus. Sterben Super-Minions eigentlich, wenn der Inhibitor respawnt? Also selbst wenn die noch auf dem Platz sind? Ne, die greifen einfach nix an. Achso, Inhib greifen die ganz normal dann an. Jo. Hä, aber wo waren unsere Top-Clend-Super-Minions dann? Äh, das haben sie doch geändert. Wenn der, wenn der jetzt schon steht, der Inhibitor respawnt in 30 Sekunden oder so, dann spawnen schon keine Super-Minions mehr. Ah, okay, I see. Ich bin einfach im Red-Buff hier hinten so elendig verreckt, ey. Ey, ich wollte das einfach, Lucien war ein Drittel AP, ich war Hälfte. Er quittet mich zweimal, ich ihn nullmal. Ich verlier 1500 AP, lol. Da war die Kartus Ulti-Night. Oh, da kommt der Pontion. Hey? Oh Gott, ich komme. Ich bin auch geultet. Nash wär auch ab, wir können einfach Nash machen. Ja, pass auf Nash warten. Ich hab die P, ich pushe jetzt einfach die Bottler an, du. Wir können auch zu zweit Nash machen, hast du Sneeper? Jo. War keine Pink. Ey, soll ich Barren oder hier? Ja, geht einfach zum Nash jetzt. Da hast gerade ein Minion! Stammt im Busch, ne? Sodass mich keiner sieht. Da ist einfach mal so random Millie-Minion im Busch. Ja, du hast wirklich Bock, 13 Sekunden zu warten. Wir brauchen eh noch so ne. Denk ich ja auch. 9 Sekunden, 8. Ja, lass noch. Ja, lass warten. Find ich heute Drops, deal. Da muss er aber jetzt schon anfangen. Jetzt. Danke. Extra gewartet, damit er jetzt was geultet. Ja, da hat er keine Ulti gehabt. Der hat mich geultet. Ups. Push top, dann holen wir uns top endet einfach. Kannst du denn noch Red vielleicht Feuer holen, Nico? Nee, ist nicht so wichtig, kann Yannick einfach haben. Nice. Okay. Du musst halt ein bisschen Passiver stehen, damit wir einfach top auspushen. Jetzt können wir wahrscheinlich nicht pushen. Mein Poke is real, oder? Ja, ist klar. Ey, ist da Flur ab. Wahrscheinlich nicht. Aber ich hab mein TP, ne? Ja, vorsichtig, sind da alle, ne? Gut zu machen. Na, kommt mal top. Weiß nicht, ja. Naja, wir können eigentlich nicht was machen. Wir sollten echt warten, bis, äh... Warten, wir können hier... Können wir hier ein bisschen chillen? Ich hab aber gar nicht mit Benches ready. Hast du TP? Also, Ward-technisch haben sie hier nichts. Hier! Yannick! Ah, die haben da oben eine Ward. Jetzt ist hier einer. Hey, was ist das? Scheiße, der Bär. Oh, Pisser. Ja, wir müssen ja den DTA. Ey, scheiße, ich kann die Duschen nicht kennen. Ja, brauchst du, brauchst du auch gar nicht. Einfach mich protecten. Ja, brauchst du auch gar nicht. Einfach mich protecten. Ja, geht schlecht, ne? Du kannst ja einfach... Naja, einfach auf Pantheon und einen Tunnel gehen, meine ich. Können die übelst tot proben. Ja, oder so. Ja, kommt ja der Top. Ja, aber ich push mit dir noch mal aus. Ich muss ja den Links machen. Ja, könnt ihr machen, könnt ihr machen. Ja, reicht, reicht, reicht. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Okay, die Freunde, kein Bilgewater mehr. Okay, erst mal. Pfff. 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 , na, du verdustnut viel, wenn du echt wieues machst. Man ist damit nichtкой. Ich bin schon dabei. Ich würd' just ein paar als Tropfener. Alle fels Leben spürt und zer nadenbent nicht hin. Ja, okay. Pfff. Das ist nochmal Needless Mortal, wenn du das individuelle Falles Last war? Das war mein Ding, was da los? 150 Ah ne von mir... Gorfi? Jaja Ah fuck ey Egal, verdammt Er ist nicht MGA Oder ist er MGA? Eventuell Alter Ist doch dumm Egal, ist einfach wieder schön Gigi Victory